Hallo, ich bin der Damien und ich möchte hier ein Infovideo für meinen Kanal machen. Auf meinem Kanal werde ich viel League of Legends spielen. Das ist jetzt hier nur mein Smurf Account. Ich werde viel andere Spiele spielen, wie World of Warcraft und auch ganz viel anderes. Ich werde auch auf Zuschauer-Kommentare zugreifen und gute Ideen. Falls die mal was finden, wo sie meinen, Spiel das mal oder können wir das mal spielen, werde ich natürlich auch mitmachen. Und das war es auch eigentlich schon. Das werde ich so auf meinem Kanal alles tun. Und ich hoffe, ihr guckt euch das mal an.